Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Also wenn du 14 Monitore brauchst, dann kannst du auch 14 Monitore draufschalten Ja, das finde ich gut, das ist geil Jetzt treibe ich ihn in die Stühle Soviel zu unserem Trompeter Bis später Bis später Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt